resident evil 6 usa 19 juni da war aber noch mit leon ich muss das untersuchen wieder auf dem friedhof ja wir kommen zum nächsten mal 6 und master wir sind wieder voll black in business ja es regnet was für ein scheiß tag schon wieder was ja was bei kakt ja irgendwo ist leon so am niesen so ich glaube ja du hast ja dem leben verpasst hinter dem grab stein war eine sekunde du kommst nicht mehr zurück was er gab stein ich habe das ich habe mir irgendwie gedacht dass dahinter was ist ich wollte da nicht sofort reinspringen ok drei mal pistolen munitions heißt ich habe wieder 89 schuss let's go ich sehe hier ein schlüssel symbol in der nähe ja da ist eins ist auch eins machst du mal auf kann ich nicht oder ziemlich rostig das schloss geklappt alles klar wappen des simmons clans ja ich habe dann eigentlich aufnehmen ich höre ich höre ich auch und unsere allseits bekannten lieblings zombies wir haben ja schon lange nicht mehr gesehen ist irgendwie ein absoluter frohberg findest du nicht ja stimmt da war ja die erste story wo wir gespielt haben ich weiß nicht spielen diese ereignisse hier vor irgendwie project story und so ich glaube ja es gibt irgendwie so eine zeitlinie die man hier nachgucken kam im spiel da kann man sich angucken wann welche events stattgefunden haben ich kann ja nichts machen irgendwo ich auch nicht ne moment ich glaube wir sind zurückgegangen das ist mir so dunkel hier ganz mein namen sehen ja das geht nicht man braucht etwas bestimmtes um sie zu öffnen habe ich doch ja das könnte funktionieren wo ist der rest davon was bin weil sie mir 5 hier mit den diesem sumpf level und du meinst mit den marschlands ja muss man suchen ja genau ja 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 natürlich ist gerade aufgegangen ja warte ich Autsch sorry Aua ok bin ich meine lange die tschöne aufzumachen das ist das ist doch dumm wieso kann ich mit nichts interagieren immer noch rot dann versuche ich noch mal immer noch rot aber jetzt beim dritten mal ich krieg dahinter ist eine waffe geht nicht auf ja solche gehört haben es ja wissen du bist du da oben ja schießt auch mal auf was aber zu tun damit etwas sagen dass ich nicht zu tun hätte so ich meine genau das war etwas von action ja so bitteschön ihr habt es kaputt gemacht werde ich mache noch was kaputt ich meine danke für das mann also gut gemacht ich habe es gemacht genau wir haben schlüssel bekomme ich die mann dabei kann man die waffe die gleiche farbe mann du machst mich teilweise verrückt weißt du das unsere wache aufnahme nee da war der schlüssel drin kann das wagen die liegt einfach hier schafften gewährten die weg einfach hier so um baufsichtig ja können wir einfach so mitnehmen das machen wir auch da müssen wir machen muss ich an die kurbel ziehen ok ok wie die erste reaktion ist erstmal dagegen zu treten was ist diese tür und dich ja da kannst du drauf ich kann doch nicht weiter gehen muss ich vielleicht von mir aus den enttagen irgendwie benutzen ich möchte die dinge abschließen oh ja das ist übrigens auch noch die pfeile die droppen bei dir obwohl du nicht aufgeben kannst ja ich kann sie nicht aufheben ok die tun wie sporn die typen ok uns hat jetzt hier auf jeden Fall also muss ich mal mit meinen pfeilen machen wenn man exklusiven dingern verstehen wir nicht weil ich ja machen muss ich stelle mich mal hier hin du machst das schon ich feuere dich an gut 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 sehr gut und jetzt alle kollegen abgeschossen aber bringt nicht die sporn halt immer neu da muss ich auf das ding schießen mit so einem exklusiven da wird ja wohl nichts bringen das ding hier auf und dann ich habe sie noch was zum interagieren das ding sagt euch soll darunter ja irgendwas kann ich jetzt mit den hebel interagieren ich habe ich mit der tür interagieren dann geht auf den hebel hier ist noch mehr von japan war 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 schwierig war wir sind treppen waren wir ja ja da waren wir ja haben wir den schlüssel bekommen ja ich kann das ding aufmachen aber bringt mir das ja wir haben die was wir sind das wir sind wir sind was hast du gemacht auf die tür geschossen da kann ich nur eins sagen keine exklusiven teils kriegt normale feier durch die verblümmern ja sofort ja ich habe irgendwie so gedacht wir müssen eine von ihnen herunterlassen und einer von den redan in dem dinge oder ich kann ja neben mit nichts interagieren na gut spiel was willst du von mir ein hinweis sein glaube ich kann man es jetzt gerade rund zu den geschwungen da war wieso und also mal in der reihenfolge oder so abschießen ich vorstelle ich gehe mal warum ist das hier so kompliziert bleibt mir hier stehen und feure dich an ich habe irgendwas voll offensichtlich jetzt ich habe gedacht ich müsste mich da irgendwie so dran sein war irgendwie die gegner mit den pfeilen irgendwie festen nageln vielleicht irgendwie daran schießen wie runter was mal versuch mal was ich kann mit denen ich interagieren wenn ja und weil ich weiß nicht ich versuch mal muss ja auch bedenken das ist ja so gedacht muss ja auch bedenken also gedacht hat man alleine lösen muss ja ja mir fällt hat nichts ein da ich brauche noch ein hinweis ich möchte noch ein hinweis ich schaue mich ja noch mal ein bisschen um im anderen raum ja ich warte hier kann ich interagieren aber bringt nichts später am abend ich habe mein gehren schon ausgeschaltet ja ich sehe schon vor mir wir werden nicht fertig ich dem ding kann ich auch nicht interagieren den kaputt machen irgendwie ich bekomme gar keine feine mehr von den typen also gehen wir auch langsam aus ja da ich brauche noch einen tipp gibt mir noch einen tipp hier muss doch irgendwo ein hinweis sein hat sie gesagt dann hat sie auf den einen typen gesucht ja und weile gehen durch die durch danke gut gemacht ich weiß es ja was denn du kannst das teil schieben ich habe es gerade nachgeguckt du kannst das teil schieben dann fällt der typ auf den schalter drauf der typ oh mein ja ich habe meinen teil dazu gerade beigetragen bitte sehr aber trotzdem keinen sinn weil die leiche war trotzdem noch da am ende ich dachte ja aber jetzt jetzt mal weiß ich warum das sinn macht als der runter gefallen ist der hat der ganze schalter abgerissen nein das heißt die tür bleibt jetzt offen ich komme mit ihnen gerade hinter mir glaube ich aber was war hier vielleicht das ding vorsichtig ja genau deswegen der sitzt noch nicht richtig naja ich gucke gerade die kamera schwingt jetzt hier so drüber für den gerösteten das wäre ich wahrscheinlich wieder ja da hat auch noch einer ja da kommen wir ja noch einer war ich ein ob du mal hier hin ja doch du mal hier hin dem elektrologen hier als er noch einer kommt wenn man da kommt mit seiner erinnere wo ich war ein ja da ist auch kommen sie mal hier sir sir hallo hallo soll ich bitte schon darauf bleiben das war eine morbide art der energiegewinnung einfach leicht das ist die energieversorgung der zukunft ja also die matrix ich weiß es nicht jetzt kannst du den hebel drücken ja endlich lösen sie die rätsel danke aber schon na großartig aber es war hier ja okay ich nehme einmal so viele leute waren ich weiß es nicht schon wieder rätsel ich glaube ich weiß dieses mal ist jeder an der wand drinnen hängen oder naja ich hänge hier fest klaus grüchen ich gehe darüber so viel ja ich glaube wenn er zu viel drauf sind dann bricht das ding zusammen und ich muss sie da festnageln mit meinen hier hier können wir rausgehen ich war zuerst hier ja da sind wir wieder hier im volterraum nein ich wollte ich hier runter durch wir sind wieder hier im zombie serie wir so wenn er zu viel sind dann bricht das ding zusammen und ich soll hier irgendwie festlage also irgendwie nicht geht weil irgendwie alle so ja mal so panzer unge und ich mach mal den ja hier noch gar nicht darauf warte mal ich werde mal eine granate machen immer weg ja ich kaputt und am leben warum warum wir müssen ich meine ich nicht weiß schon mal dass wir von mir will halt auf diesen einen typen daran gesungen der da an der wand hängen ich nehme ich mal das spiel will dass die ja dran hänge damit die mich am boden stehen damit das denke ich zusammenbricht ja wir sind alle gepanzert machen ich weiß es nicht geht daran da stehen jetzt alle die sind alle nicht auf den dingen drauf aha aha mein gott ich behalte ich vielleicht brauche ich ihn ich bin zu schwer mein gott was sind denn das für krasse rätsel da muss man wieder hoch ja wir müssen der lang mein kopf tut weh meiner auch mir nicht hoch aber die kamera fahrt ich komme da hoch ich komme da hoch thank you ok da kann ich hoch ne aber ich will erstmal denken da kommen wir zu dem einen ding zurück also laut karte müssen wir hier hin doch genau das ja ja da muss ich wieder hoch sein so ich gucke nur ob wir noch mal ich weiß es doch nicht ich wollte mich ja einfach so als ob nix gewesen ist noch ein rätsel oder her er hat auch gewalt hier reingesetzt werden muss glaube ich ja da müssen wir hoch aber was gibt es ja noch nichts ok kisten gibt es ja besser bist du bist du direkt unter mir da oben müssen wir hin ok wo ist der typ da wisse nein daneben nein ich wollte gar abschließen da gibt es auch nicht nein nein ich bin noch hinter dem warte ich komme ob ich irgendwie herum kann eine sekunde ich komme hier irgendwo hat hoch packen glaube ich jetzt nicht mehr die tür ist offen ok ja die tür ist offen grünes kraut kombinieren mal ohne klinge oder keinen kräuter ich habe gar keine kräuter ich habe gar keine kräuter ich habe nur ein gründes kraut ich mein tic tacs meine ich ja ich hätte ich habe keine tic tacs nein ich habe nur ein gründes kraut ich glaube es wird sowieso noch eine katzchen getriggert dann geht ihr mir ja ein scharfschützen gewerkt es nichts bringt daneben die mit einem teil ja meine rüstung an auf screen geschrien war es aber die dicke empläme irgendwo im leben irgendwo in den dingern ein leben auf der seite auf der seite weil ich auf der seite der seite der sollte es ist oder vielleicht auf dieser seite nein dann gehen wir weiter lade nach die kiste reingeschlittert da geht schon wieder zu ja wie soll ich dir jetzt helfen schießt ihr die beine weg wie gut dass sie sich so fucking langsam bewegen ich übernehme das ich lebe wieder wer geht es ausgezeichnet war er hat mich angekotzt das ist ja da sind wir hier jetzt wer schon dieses ding geworfen ich habe gehört gehört das ist doch der typ sehe ich gerade ja da ist er schreibt mir mit so eine drama gehen wir dann auch ja es ist das ist das auge aber ich habe gold was ist los mit dir nicht schon immer goldzahlen ok ich wollte diesen goldzahlen sehen genau diesen will ich in meinem ist doch krank ich morgen zahlen ja ja das ist eine lücke ich hatte ich nur ein auge den typen ja wir brauchen auch noch das auge jetzt kann ich mich auch schießen was auf nicht hoch schießen aber der lieblings freien aus aus der lehren story nein wo bist du wir wissen bevor wir doch nicht so weg ja lasst uns durch wir müssten hier durch doch nicht von mir unsichtbar sehe ich nämlich nicht das ist ein ganz ganz dicker so ganz ganz okay 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 chef ist da chef ist da und da wird noch der typ du hast das auge eine dicke ist tot wollen wir gehen ich glaube wir wollen gehen noch ist ich stelle fest hier ist nichts vorwärts ich bin der agent gott so dann auge einsetzen jetzt mal auch geeinigt sie sind schön wenn man guckst auf oder mal ein wappen ja beginnt meine theorie simmons clan was ein ninja meinst du ja bei ninja simmons klaren da kann jetzt mit aus dieser gruft raus dankeschön ich glaube ja 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 open salami ich brauche nur ein schuss diesmal nicht weiter gegangen es wird zeit für eine werbung